Meine lieben Freunde, wir müssen reden und zwar über Till Lindemann und Lecker. Ja, Lecker ist der dritte Song auf der Single Lecker auf dem Album Zunge. Und ihr merkt, es geht jetzt schon ans Eingemachte und das ist Sinn und Zweck von diesen Videos hier, damit ihr so ein bisschen ein Gefühl bekommt, was passiert gerade in der Gedankenwelt von Till Lindemann, was hat das mit Zunge auf sich, inwieweit hat David Garrett mit Alle Tage ist kein Sonntag was damit zu tun oder Ich hasse Kinder. All das klären wir in dem, was sich an diesem Video am Ende befindet. Hier vorab geht es um, was hat das alles mit Lecker auf sich. Lecker ist übrigens, das ist für manche verwirrend, der Name der Single. Auf der Single befinden sich die drei neuen, letzte Woche releaseten Songs Nass, Schweiß und eben Lecker. Und Lecker, der Song, ist das abschließende Element. Hier stammt der Regie-Part des Musikvideos. Es ist der letzte Teil, der beginnt in diesem dekadenten Bereich einer Herrenvilla. Und da haben wir so die Situation am Tag danach. Wir haben Frauenkörper, die sich im gesamten Raum verteilen. Einen gerade erwachenden Till Lindemann, der sich im weiteren Verlauf mit einem russischen Bären küsst. Und von draußen kommt aus Teil Nummer 2 der erheblich schwitzende Till Lindemann als geschlagener Mann mit der Belastung seiner Taten aus Teil 1 und Teil 2. Ja, wer waren die Protagonisten? Wo kommt das Ganze her? Eins ist sicher. Nein, Leute, es ist keine Reaktion auf den Sommer 2023. Und es ist jetzt nicht innerhalb von zwei Monaten oder drei Monaten entstanden, sondern die Bestandteile sind sehr wohl älteren Datums. So stammen die Texte aus dem Projekt Nashui. Richtig. Der ein oder anderen klingelt es jetzt. Aus diesem Projekt und der Zusammenarbeit mit den beiden anderen Künstlern stammt auch Till the End. Und dieses legendäre, dramatische, skurrile, bizarre, ganz besondere Video von Till im Erwachsenenbereich verortet. Aber ich schweife ab. Der Text stammt aus genau diesem Bereich. Eben aus dem Song Il Sub, der geleakt wurde in diesem Sommer. Da finden wir Teile dieses Textes. Für die musikalische Umsetzung ist kein geringerer als sein Pendant auch aus diesem Projekt verantwortlich. Nämlich Daniel Carelli. Und ich glaube, was man hier als Überschrift nehmen kann, ist der Begriff Völlerei. Wir haben eine wunderbare Eskalationssteigerung von Teil 1 über den Teil 2. Das heißt von Nass über Schweiß bis jetzt hier zu Lecker. Ja, und auch hier, das Spielen mit den Worten. Ist nun lecker die Bestätigung als Adjektiv, dass etwas lecker, also besonders gut schmeckend ist, oder ist es ein Substantiv in der Bezeichnung für denjenigen, der es tut, der also dieser leckenden Tätigkeit nachgeht. Denn beides bleibt offen und beides passt zu Till. Und beides passt auch hier in dessen Gesamtkosmos. Ich kann jedem nur raten, schaut euch das Video nochmal im Detail an, lasst es auf euch wirken, hört euch die Texte im Detail an und dann werdet ihr verstehen, warum für mich eins offensichtlich war. Das ist ein Gesamtkunstwerk, was sich nun über einige Jahre hinzieht. Weil in dem Fall hier stammen, wie gesagt, die Texte nicht aus seinem Gedichtband von 2013, sondern aus den Jahren 2019 bzw. 2020, ist also noch etwas jünger. Aber es ist so, als wenn es prophetisch wäre, wenn man überlegt, inwieweit die Realität diese Dichtung, die Prosa, eingeholt hat in diesem Sommer. Ich finde diese Informationen interessant und man sollte sie haben, wenn man sich die Songs anhört. Denn neben der guten Musik und den interessanten, provozierenden Texten, ist es immer wieder gut, einen Blick auf den Autor zu werfen, den Künstler dahinter, um zu verstehen, was ihn unter Umständen bewegt hat. In diesem Sinne, passt auf euch auf, hört die Musik, die ihr mögt und wir sehen uns. Und ihr werdet von mir hören. Das ist keine Drohung, das ist ein Versprechen. In genau einem Monat beginnt die Auslieferung der Vorbestellung des neuen Albums Zunge von Lindemann, die man über die Rammstein-Webseite bis dato bestellen kann. Ja, wir wissen ja alle, Universal Music hat dieses Mal keine Aktien drin. Man ist sich nicht einig geworden, man hat sich nicht früh genug auf einen gemeinsamen Nenner geeinigt, weil man war sich nicht sicher. Wie unbeschadet die Ikone Till Lindemann aus der ganzen Affäre des Sommer-Albtraums 2023 hervorgehen wird. Aus diesem Grunde erfolgte die Produktion und nun auch die Distribution, also die Verteilung von Zunge im Eigenverlag. Das nur vorab. Und wir sind im Grunde genommen müde geworden, jedes Mal dazu zu schreiben in den Kommentaren. Nein, es ist keine Reaktion auf die Ereignisse. Nein, sowohl die Texte als auch die Musik sind zum Teil zwei bis knapp drei Jahre alt. Das sei euch auch an dieser Stelle gesagt. Nichtsdestotrotz ist es ebenfalls spannend, denn auch damals schon spielt hier einiges ineinander. Denn was kennen wir bisher? Nun, wir kennen bisher Zunge. Das war die Solo-Auskopplung des Songs Zunge. Damit wurde sozusagen gestartet. Jetzt, letzte Woche, erschien die Single Lecker mit den drei Songs Nass, Schweiß und Lecker. Das wären schon vier Songs. Auf dem Album befinden sich aber auch noch die Stücke Lubimi Gorod. Das ist die Hymne eines Kriegshelden aus dem Zweiten Weltkrieg. Das singt Lindemann auf Russisch. Da gibt es ein ganz komplexes Informationspaket dazu. Das haben wir ausgelagert. Darüber reden wir separat, wenn es um die russische Staatsbürgerschaft geht, die in Verbindung mit Till Lindemann immer wieder erwähnt wurde. Das ist aber ein eigenes Video. Das kommt im Laufe dieser Woche noch raus. Aber dieses Lied ist auf dem Album. Natürlich, ich hasse Kinder. Auch das kennt ihr. Und last but not least, alle Tage ist kein Sonntag mit dem Starviolonisten David Garrett ist ebenfalls auf Zunge vorhanden. Also das Album Zunge, ich sagte es schon, erscheint am 3. November im Eigenverlag. Ich habe euch unten den Link auch nochmal zur Bestellung, falls es bisher an euch vorbeigegangen ist, verknüpft. Das heißt, Zunge wird als Vinyl, wird als CD und wird als Special Edition mit einem sagenhaften Kissen in Form eines Fleischstücks, eines saftig abgehangenen Fleischstücks zur Verfügung stehen und kann dementsprechend bestellt werden. In limitierter Auflage wäre das doch ein typisches Geschenk für alle diejenigen, die sich mit Lindemann identifizieren wollen und können oder einen Freund haben. Und eine Freundin, für die so etwas doch ein gelungenes Weihnachtsgeschenk wäre. So, kommen wir zu dem, was wir hier auf Zunge verorten. Das eine wäre mit Ich hasse Kinder, ein Song. Und jetzt wird es sehr, sehr spannend, wenn man sich das Video dazu anschaut und den Anfang anschaut von dem Song Nass. Dann stellt ihr fest, wie hier schon die Fäden zueinander spielen. Wir kommen nachher im Einzelnen, ich verlinke es euch hier, da seht ihr dann die Details zu Nass. Ihr erinnert euch, im Song Ich hasse Kinder zielt er ab auf eine Situation in einem Flugzeug, wo er eine Begegnung mit einem kleinen Kind hat und sich über dieses verzogene Kind unglaublich ärgert. Und genau diese Filmszene, die eigentlich zu Ich hasse Kinder gehört, ist nun Aufmacher für Nass. Während Ich hasse Kinder wiederum, da muss man sich das Short Movie zunächst einmal anschauen, eine Retrospektive über den jungen Till ist, sozusagen, oder sein alter Ego, der hier gemobbt wird und im Laufe der Jahrzehnte nun grausame Rache nimmt an seinen ehemaligen Peinigern. Aber in Nass begegnen wir einem Jungen, der hier auf seinen Kopfhörern, wie man auf dem Display seines Smartphones sieht, tatsächlich Ich hasse Kinder schaut. Das andere Lied, ich habe es gerade erwähnt, was bereits auf dem Album drauf ist, ist Zunge. Das haben wir euch ausführlich beschrieben. Da gibt es hier den Link. Und ich möchte an der Stelle wirklich nur die Protagonisten, die hier eine Rolle spielen, mal kurz hervorheben, denn die kommen, wenn wir uns über die Details unterhalten, von den einzelnen Songs immer wieder vor. Ganz vorab Sergei Kray. Dieses Kray, mal geschrieben, man sieht es mal mit E, man sieht es mal mit A, also grau in verschiedenen Auslagen. Aber dieser Sergei hat gemeinsam mit Till Lindemann 2021 zum Beispiel auf dem Solaris Film Festival mit Ich hasse Kinder, also dem Musikvideo zu Ich hasse Kinder, zwei Prämien abgestaubt, war zweimal Sieger bei diesem Festival, einmal für das beste Musikvideo und dann auch für den besten Song. Der Bursche weiß also, was er tut und wurde deshalb nicht ohne Grund auch für alle drei Musikvideos oder die Compilation, die Zusammenfassung, es ist ja mehr ein Kurzfilm, verpflichtet. Einzig das Video Zunge, was im Bolshoi-Zirkus in Moskau gedreht wurde, steht unter der Verantwortung der Regisseurin Anakot. Auch über die werden wir noch separat sprechen. Aber Sergei Kray ist ein stetiger Wegbegleiter. Er hat auch Ich hasse Kinder inszeniert und war auch bei allen anderen Produktionen mit beteiligt. Das muss man wissen. Auch diesen Künstler sollte man also auf dem Radar haben. Nicht nur bei Lindemann, sondern teilweise auch bei Rammstein. Ein anderer Name, der immer wieder auftaucht, ist Daniel Carelli. Daniel Carelli ist Österreicher, hat aber dann in Düsseldorf in Berlin sich seine Sporen verdient, ist Schlagzeuger, ist Composer und eine tragende Säule in verschiedenen Projekten rund um Lindemann. Er hat bei diesem Projekt Zunge für zwei Stücke die Musik geschrieben. Das eine ist nass, das andere ist lecker. Während für Schweiß kam der musikalische Input und die musikalische Komposition von Sky van Hoff, einem ebenfalls 36-jährigen Deutschen, der hier auch mit Lindemann schon öfter zusammengearbeitet hat. Das heißt, diese Namen tauchen immer wieder auf. Und ihr merkt, ich habe am Anfang gesagt, der Lindemann Kosmos. Hier spielt sehr vieles zusammen. Denn im Grunde genommen ist das so ähnlich wie damals bei Pink Floyd und In the Wall. Das ist eine epische Oper. Das Ganze sind nicht einzelne musikalische Fragmente. Jedes Stück steht für sich selber. Aber das Gesamtgefüge dieser Musik hat etwas Monumentales, Episches, Autobiografisches bis eben zu einem spektakulären, bis zu einem spektakulären, fulminanten, eruptiven Feuerwerk, das irgendwo im dekadenten, altrömischen Stil von Caligula verortet werden könnte. Plus eben so kleine Facetten. Wir kommen im Detail noch drauf. Wenn er mit dem russischen Bären zusammenspeist und züngelt. Der Zungenkuss mit dem russischen Bären hat ja schon etwas signifikant Markantes, wenn wir an den Bruderkuss zwischen Erich Honecker und Brezhnev denken. Aber ich glaube, ich greife zu viel vor, wenn wir da jetzt ins Detail gehen. Deswegen schaut euch da die drei Varianten an, die wir für euch extra produziert haben. Das eine läuft unter Hintergründe zu nass und die anderen beiden logischerweise unter Hintergründe zu Schweiß oder lecker. Es ist tatsächlich hochinteressant festzustellen, inwieweit hier ein Kosmos geschaffen wurde rund um die Wahrnehmung und die Zerrissenheit des Künstlers Till Lindemann. In diesem Sinne, hört es euch an, habt Spaß mit der Musik und noch einen schönen 3. Oktober. Ciao vonau, euer Chris. Auch das war wieder eine Folge aus Habitat Lebensraum Deutschland. Wenn dir unsere Sichtweise gefällt, dann schau dir hier eine weitere Folge aus unserem Kanal an und vergesst nicht, hier unseren Kanal auch zu abonnieren. Wir freuen uns, wenn du Spuren hinterlässt. Denn damit hilfst du uns unglaublich zu wachsen und wir tragen weiter dazu bei, dass dieser Lebensraum Deutschland gestaltet und bewahrt bleibt. So, wie wir uns das vorstellen. Denn wir lieben unser Zuhause. Habitat. Lebensraum Deutschland. Klare Kante. Weil wir hier zu Hause sind.